ok dann geht es jetzt weiter ticket nach elysium ok dann kommen wir mal kann man loslegen das ist nicht das emisium des paradies und der hölle so steht den tanklaster gefühlt haben wir die schon mal gemacht so eine ähnliche mission hier war aber kein häkchen dran ja der fährt aber unten aus dem hafen kommt er nee alles gut wie gesagt das kommt mir halt nur gerade sehr bekannt vor diesem mission weil ich hab also mit wir haben so eine mission gehabt wo wir einen tanklaster stehen müssen das war doch während der weihnachtszeit und weihnachtern haben wir gemacht ja aber es gibt es gibt mehrere wo du tanklaster und klauen muss alles zugute irgendwie vermisse ich diesen komischen fliegel nachts ausrufen kann ich habe uns nicht darauf ab in die luft ja die hübschen der lkw aus kosmiken ja stimmt aber auch alle gemeing auswiegen wie gesagt ich ja da wer also wisst dass es halt nicht weiter geht da können wir jetzt auch versuchen zu dritt weiter zu machen wie ist das wo ist naja erstmal mal noch genug hier bei gta das sagst du aber auch zeitig fünf jahren habe ich gerade erst bemerkt dass es so um die gl kräfte das ist man sollte nicht auf dem lkw schießen wenn der fahrer noch fährt alle rasten hier aus haben wir nicht weht auch leck mich doch der ist er gepanzert hinter der kabine jetzt aber ein alter hier steht der sack lkw ist egal der tag du stark dass er braucht lkw das hat das noch steht erst mal müssen wir hier die polizei loswerden was habt ihr mit er gemacht ich habe ein stern warum hast du ein stern ich brauche ein lkw ich bin gleich tot ich kam nicht weg ich wollte drüber springen doch da dreht er sich in der luft und fällt wieder nach anrunde nach fahrer morgen fertig ist einfach immer dein auto da ich habe ein lkw ich muss das noch polizei loswerden ich auch das ist zum kotzen bei einem stern 30 jahre dauert das ist das mal irgendwie groß noch letzte einfach an klar geht das haben wir auch gemacht einfach lasse anrufen ich habe ja auch mit einem lkw geklaut ich musste gerade jetzt erstmal rüber kommen hier auf die straße hier der lkw ist weitergefahren der andere da gelassen aber der andere ist ja das wichtigste nicht der lkw ich habe schon gesehen keine sorge in der mission ist mir das egal mache ich das nicht jetzt glaube ich wieso habe ich jetzt zwei sterne weil wir den lkw geklaut haben so 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 die wollen hat aber nicht angerufen das heißt sie kann ich habe auch angerufen ich habe keine kopf so ich bin raus aus der mission und gut einmal gestorben dankeschön ich habe das euch jetzt los so so das geht ja nur alle fünf minuten oder so ach komm geh mir nicht auf den sack weißt du geil ich will den lkw wenden ich habe keine cops mehr was passiert der kopf fährt mir rein ich stand ich bin kein mieter gefahren was passiert ich habe die sterne an der wacke das ist so ein geiles spiel ich habe nichts getan mir fährt mir fährt der scheiß kopf in die karre und jetzt fährt man mit dem tanklastzug den lk plus und ich wollte nur warten bis der eine kopf durch ist um den lkw um den lkw zu wenden verschwinde von mir aber jetzt muss ich warten bis ich wieder anrufen kann jetzt muss ich warten bis ich wieder anrufen kann oh nervt mich doch nicht mann Ach Leute Geht ihr mir gerade auf die Z auf den Piss ey Hau ab endlich in die Wummi Ja sorry dass das jetzt gerade so ein bisschen Bisschen ausartet Ich schwinde von mir Meine Sterne blinken Vor allem wir fahren mit dem LKW jetzt auf den Schienen Jetzt So jetzt kommen wir in die Karre Was eine KI Vor allem steht an der Dings an der roten Ampel Was macht die KI fährt davor In den Zug Naja Aber wie gesagt wir sind ja gleich da Hau 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 So, Ja, aber wie gesagt ich will wenden um den links polizei ist keiner mehr rein mir fährt der kopf rein ich habe gestanden und ja du hast du direkt wieder gesucht weiße dann versuchen wir mit dem lkw versucht dann mal versucht dann mal wir können es ja mal versuchen aber es wird eh nicht klappen aber dann versuchen wir mit dem lkw doch das ding naja alles gut ist ja nicht schlimm passiert ja am geilsten ist eigentlich wenn überlebenskämpfe doppelt rp und geld haben dann das ja die bringen normal 60.000 kohle und die bringen dann noch mal 10.000 oder 15.000 erfahrungspunkte zusätzlich ja doppelt und also ich weiß dass wir damals wo ich mein level so hoch gezogen habe ich hab da richtig immer von der woche habe ich glaube hier irgendwie 150 level gewonnen da gab es dreifach rp und dreifach kohle also hast du mal relativ so schnell 78 millionen gemacht mehr so wird dann noch mal das thema da auch erledigt so fast eine millionen eine mission brauchen wir noch dann noch eine million dann habe ich eine million mal hier bisschen zeit haben wir ja noch was da ist es jetzt gerade ist es halb eins gerade mal ja also gut ich weiß okay mal drei vier drei vier mission schon mal dann haben wir es geschafft dann haben wir die heute durch und dann was machst du da hinten baby sie wollte dir mal zeigen wie sich das anfühlt einladungen sind raus ich habe gar nichts gemacht